Alex Mayer bei uns im Studio. Man hört so ein bisschen raus bei Ihnen. Der norddeutsche Dialekt, den haben Sie nicht abgelegt. Fühlen Sie sich wohl in Frankfurt? Auf jeden Fall. Ich würde sehr gerne hierbleiben und hoffe, dass die Vereine das so regeln, dass ich auch nächste Saison hier spielen darf. Was wissen Sie über die Vertragsverhandlungen momentan? Im Moment weiß ich noch gar nichts. Würden Sie auch ein Einbußen in Sachen Gehalt in Kauf nehmen? Um hier zu spielen? Auf jeden Fall. Ja. Ist der FC Bayern ein Traumverein für Sie? Das war als Kind immer mein Lieblingsverein, deswegen bin ich Bayern-Fan. FC Barcelona habe ich mal gelesen. Würde Sie auch reizen? Ja, wen reizt das nicht? Ich glaube, das reizt jeden.